Hallihallo meine Lieben! Heute habe ich einen kleinen Fashion Haul für euch und zwar von Kik. Ich weiß, die ein oder anderen finden Kik nicht so toll, aber ich gehe gerne mal dahin und ich finde auch immer ein paar schöne Sachen und habe gedacht, die zeige ich euch jetzt mal schnell. Und ja, ich wollte sagen, wundert euch nicht, heute ist wieder so ein heißer Tag, ihr seht, die Sonne scheint auch rein und deswegen habe ich heute mal so ein bisschen eine luftigere Freizeitfrisur. Und ja, ich zeige euch jetzt schnell die Sachen und dann, ja. Zuerst habe ich mir mal eine Leggings gekauft, weil ich im Sommer immer sehr viel Verschleiß an Leggings habe. Das ist wieder einfach nur so eine ganz normale schwarze und die hat hier unten so eine Raffel. Die kaufe ich eigentlich immer bei Kik, weil die finde ich da vom Preis-Leistungs-Verhältnis her eigentlich ziemlich gut. Die kosten 5 Euro dort und die sind so ungefähr 7,8 lang und ich mag das halt mit diesen zusammengerafften. Ich habe die, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal, diese Leggings und bin mit der super zufrieden. Die kann man auch im Winter tragen, also da ziehe ich dann eine Strumpfhose drunter und mit den Stiefeln, da ist die auch noch lang genug. Und deswegen bin ich so begeistert von dieser Leggings und habe die jetzt auch schon ganz schön oft. Dann habe ich mir zwei Tank-Tops geholt. Das hier habe ich jetzt nicht heute gekauft, sondern das ist jetzt schon, glaube ich, ein, zwei Wochen her. So ist das so ein cremeweißes, einfach nur so ein ganz normales und das hat aber dann hier unten, was ich so toll finde, diese Spitze. Also ich liebe das mit dieser Spitze, das macht das Ganze so ein bisschen romantisch und ladies-like und so ein bisschen Mädchen auch und das gefällt mir einfach. Und ja, das hat 6,99 gekostet. Und das gleiche Teilchen, nur in einer anderen Farbe, habe ich heute nochmal mitgenommen und zwar in knalligem Neonpink. Ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt so richtig pinky rüberbringt, aber das ist so ein richtig krass tolles Neonpink und auf einer schwarzen Leggings oder bei einer schwarzen Hose fand ich das total cool. Und dann vielleicht noch so ein ganz lockeres, schwarzes Oberteil drüber. Absolut klasse. Und es hat hier unten wieder diesen total coolen, also die Kamera fängt eigentlich ziemlich gut ein, muss ich sagen, diesen Spitzenrand in dieser Neon-Optik. Und das fand ich so cool, das war das letzte und das war auch noch meine Größe, also das war echt wieder Glückssache. Hat ebenfalls 6,99 gekostet und hier steht das Werbung, ist im Angebot gewesen, also es war in der Werbung drin. Also von den Teilen habe ich ja nun auch schon einige. Ich habe das glaube ich schon in schwarz, in weiß, in diesem Cremeweiß jetzt, in orange und jetzt noch in diesem Pink und ich glaube sogar auch in hellblau. Also ich mag diese Teile mit der Spitze total gerne, also ich liebe die wirklich. Und kann die auch nur jedem empfehlen, weil die sehen immer total, das macht die ganze Sache immer so ein bisschen rund, muss ich sagen. Also so ein Top unten rausgucken ist immer schön und gut, aber mit dieser Spitze finde ich, für mich macht es die Sache immer richtig rund dann. Dann habe ich zwei Röcke mitgenommen und zwar zwei lange Röcke für den Strand oder auch im Bad oder halt, naja, generell halt für den Sommer, aber auch dann noch im Herbst eventuell. Die habe ich jetzt nicht unbedingt, weil das ist so eine sommerliche Farbe, also das ist ein richtig knalliges Koralle-Orange-Rot, so eine Mischung. Und hat hier oben so einen schönen strafferen Bund und ist dann aber schön weit fließend. Hat 9,99 Euro gekostet und dann noch ein Rock. Der schaut so aus, also der hat so eine leichte Jeans-Optik und der ist auch ganz lang und hat hier oben so einen gerafften Bund und ist dann hier so in Etappen genäht und auch wieder weit fallend. Und das ist halt wie so eine Jeans-Rock gemacht. Guck mal rein, schnell, was das für ein Material ist. Hier steht es, glaube ich, irgendwo. Ne, steht hier leider gerade nicht, was es da für ein Material ist. Ich hätte es euch sonst gerne mal gesagt. Keine Ahnung. Aber fand ich ganz cool, das Teil und deswegen durfte ich es mit. Hat gekostet 12,99 Euro. Und jetzt das Highlight von meinem Einkauf. Das hat es mir eigentlich am meisten angetan gehabt. Und zwar ist das ein Kleidchen. Und das schaut so aus. Also das ist so ein total schön weit fließendes mit riesig großen Mustern in Grau und Schwarz. Und hat dann halt hier oben ist das dann so mit Rundhals ausgeschnitten. Und es ist so ein ganz leichter Blusenstoff auch. Und ich hatte das halt so an und da saß ein bisschen blöd aus, weil es halt jetzt nicht so figurbetont ist. Aber ich habe da einen Gürtel dazu gekauft mit so Nieten dran und die glitzern auch so ein bisschen. Und habe den dort um die Teile gemacht und das hat quasi diesen Rock so ein bisschen, äh, dieses Kleid so ein bisschen aufgelockert. Ja, also ich denke, ihr seht, wie ich das gemacht habe. Also so ein bisschen hier um die Teile dann. Und, ähm, so ein ganzes bisschen lockerer. Und das Kleid möchte ich gerne so einer Leggings anziehen, weil es ist nicht so lang. Es geht so übers Knie ein Stück. Und, ähm, ja, das fand ich ganz schön und das fand ich total toll und musste es direkt gleich mitnehmen. Es hat gekostet 13 Euro, also 12,99. Ist jetzt für Kickpreise nicht das günstigste. Aber, ähm, für mich war das so ein bisschen so ein... Ich habe es gesehen und musste es haben kaufen. Ja, ähm, der Gürtel noch schnell, der hat 2,99 gekostet. Es gab auch noch andere, aber ich habe mich bewusst für so einen schmalen entschieden, weil das einfach ein bisschen die ganze Sache, ähm, schöner und eleganter macht. So, das war es dann jetzt auch schon für diesen Haul. Ähm, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Ciao!